Es war genau so, wie man es im Fernsehen auch gesehen hat. Also auf der Mauer, auf der man da gut stehen konnte, weil sie nicht sehr hoch war, aber sehr tief war, standen Einzelne auch mit Spitzhacken, weiß der Teufel, wo die die her hatten. Ich weiß nicht, wo man nachts in Berlin eine Spitzhacke herbekommt, aber offensichtlich ist es möglich. Und haben wirklich mit großer Energie da Stücke rausgeklopft. Und davor stand das Publikum sozusagen, wie bei so einem Rockkonzert. Also da oben agierten einige auf der Bühne und dahinter stehen die ganzen Zuschauer. Und haben das natürlich auch angefeuert und haben das mit Beifall bedacht. Die DDR-Grenztruppen haben ja zwischendurch versucht, da das wieder zu räumen. Sie haben ja dann Wasser eingesetzt und sowas. Also auch das war überhaupt nicht klar, dass das so bleiben wird. Es war also die gleiche Euphorie wie auch an der Invalidenstraße, nur insofern ein bisschen anders, als an der Invalidenstraße ja Begegnung stattfand. Das fand am Brandenburger Tor nicht statt, sondern am Brandenburger Tor, das war eine Veranstaltung für die Westberliner. Die Ostberliner sind natürlich nicht von der Invalidenstraße oder von der Bornholmerbrücke jetzt zum Brandenburger Tor oder zumindest nicht überwiegend. Die wollten ja in die Stadt, die wollten ja den Kurfürstendamm sehen als Symbol für Westberlin. Die wollten ja endlich mal das sehen, was sie schon Jahre und Jahrzehnte lang immer im Radio gehört haben. Das heißt, das war eine Show für die Westberliner. Und man hat sich da eigentlich in dieser Nacht, ja, ich weiß nicht, wie Psychologen das deuten würden, vielleicht frei agiert, frei geschrien, frei gejubelt. Und ich denke, das war auch die Motivation der Leute, die da oben auf der Mauer standen. Was bringt eins dazu, sich da hinzustellen, sich zwischendurch von der DDR nass spritzen zu lassen, was ja nun also im November auch nicht so das reine Vergnügen ist. Und da mit der Spitzhacke sich zu verausgaben und da auf die Mauer zu schlagen. Es hat ja was damit zu tun, dass man sich davon befreien wollte. Also das war der Unterschied zu den Grenzübergängen. Hier gab es keine Begegnung. Hier waren sehr überwiegend Westberliner. Aber es war die gleiche euphorische Stimmung. Und so die ersten Mauerspechte, die Sie da gesehen haben, die haben dann wirklich auch die Stücke rausgeklopft und dann... Haben die Stücke rausgeklopft und haben sie so in die Menge geschmissen. Es ging nicht darum, da jetzt was zu haben. Also dass die Dinger dann überall verkauft werden und jeder seine eigenen Echtheitszertifikate druckt und was dann hinterher so alles passiert. Daran war in dieser Nacht noch nicht zu denken. Die wollten einfach das Erlebnis teilen. Und haben deshalb immer, wenn das war ja nicht so einfach, da was rauszuklopfen, wenn es wieder was gab, wurde das in die Menge geworfen. Und die Menge hat es natürlich aufgefangen, wie im Rheinland die Karamellen am Fasnachzug aufgefangen werden. Und jeder wollte ein Stück haben, ist ja klar. Ich meine, ein Stück aus der Mauer, verstehen Sie, das war ja also wirklich noch 24 Stunden vorher eigentlich undenkbar, sowas zu besitzen, sowas als Symbol mit nach Hause zu nehmen.